Die Herawada 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 ob den Jeschrn, den du, der an ihm lebt, neu herkriegen soll, weil der Herr Jeschrn noch nicht da war, weil Jesus noch nicht verharrlicht worden wäre. Auch sei das hier der sehr Fehler in dem Fall, das ist wirklich der Prophet. Auch der Sede, das ist Christus. Aber eine Sede, wo der Christus von Galiläa kommen, steht nicht der Schreiber, dass der Christus von Davids seiner Nachkommenschaft und von der Stadt Bethlehem kommen soll? Wo David wohnt? Jesus sagt, laut dem, der an mir lebt, trinkt, so aus der Schrift sagt, laut dem, der in Bern steht, wo er lebende Wotesträume ran. Hast du auch mal grünen Dach geholt? Aus dem, was ich lebt, dass ich ein paar Mal, dass ich wirklich verdacht wurde. Im paraguayischen Chaco, wo ich etwas, wird das keine Seldenheit, dass einer doch mal auf dem Wotterrand, wenn einer noch ein Barsch noch hält, oder vielleicht an einem besonders heiten Sommerdach auf dem Stab wie ein Schuft. So ein Dach kann einen Mensch furchtbar quälen. Jesus in der Anladung ist hier aber nicht erstenfalls an seine Recht, wo er nicht genug Wotter mit nur den Stab genommen hat. Daher Jesus redet hier von einem jästlichen Dachst. Dort hat doch unser Gottesdien ja vergesäunt, da dat in ehe jästliche Lebe so drehen wurde es, als in einer Wüste. Kreiz seine Menschen kriegt, daher noch anzukommen und zu trinken. Hier ist eine Qual mit lebendem Wotter, wort niemals ütdreht. In der Lutherbibel wird bei dieser Versch auf eine Städte in Jesaja, Kapitel 58, angewäse, wo das in Versch aufsacht, der Herrwort tünt dann immer leide und in der Drehgetät halbe zufried zu sein und den störten Knöchel schäfen. Die wurde sein als ein Gewässer der Gorde oder so als eine Qual, die immer Wotter jeft. Diese Verschaltung meint da nicht, so die Lebe aus der Schrift sagt, so als Luther dort hier versatet hat. Da laus die Rode, laut dem, noch mich komme, und laut dem, der an mich läuft, dringt hier so aus der Schrift sagt. Wenn die dort, wort Jesaja in Kapitel 58, Versch aufsacht, dort taue nehme, wo das so heite, üt dem Sinn benestet wurde, lebe die Wotterstreimerane, so aus der Schrift sagt. Das sievende Kapitel im Johannes Evangelium beschrift, wo der Herr Jezus sich selbst auf das Grote Versch in Jerusalem offenborede hat. Das Versch, was in Israel jeder Jahr gefert, als andenke daran, wo Gott Israel das Gewässer gefert hat, wo das Wotter besonders knapp gewast wird. Menschen, die an so eine heite Länder aus Paraguay, Bolivien, oder Afrika, und Indien abgewassen sind, weite ihr, wovil wird das Wotter senden kann. Das Lobhütten-Fast, wird das die Raadste, und Frauste-Fast, wie die Juden, ein Wort, wird das von Dauern noch gefert. Das Versch die acht Dau, und wird der Jelikertid, auch ein Dankversch. Ab das Versch beten die Israelite, auch immer besonders, um eine Gouden-Rehentid. Und am letzten Tag, auf das Versch, geeft das dann noch am Tempel eine feierliche Wotter-Serie, wo Priester schmet Wotter von einer Qual an den Altor ginge. Und da weins lesen wir in unserem Text, dass der Herr Jesus sich am letzten Tag, aus dem Versch am herrlichsten, wie er Han stahlt und Lüte utraubt. Der Darstie ist, den lohnt er noch mitzukommen und zu trinken. Lohnt dem noch mitzukommen und Lohnt dem, der an mein Leib trinken. Aus dem, sie in Bernastet wurde, leben die Wotterstreimerane, so ist die Schrift sagt. Das sieht er aber von dem Jäst, den du, der an ihm die Leibde, noch herkriegen soll. Weil der Herr der Jäst wir noch nicht da, weil Jesus noch nicht verharrlicht worden wäre. Dort meint er, dass er noch nicht abgestoßen vom Tod in den Himmel gefahren. Johannes die tot Wotter würde hier von Rät ab Götzien jäst gaan. In Jeremia 2, Vers 13 lees wir doch von so. Mein Volk hat sich doppelt verschuldigt. Mie die Kwaal von lebendem Wotter verlaten sei. Und sie merken sich zästere, wat Falllager sind, die kein Wotter holen können. Daher Jesus sagt, dat dat lebendem Wotter uit den Menschen ranen wordt, die an ihm die leifen. In diesem Vers von dem Prophet Jeremia wordt Gott ober selbst aus der Kwaal von dat lebendem Wotter betekent. Eine Kunde, wat Jesus in unserem Teut sagt, ook soll verstohne, dat dat lebendem Wotter tererst uit Jesus selbst tämt. Dit stämt doch met everein, wat Jesus op onderstehende über zichzelf te zahen hoort. Hij sagt, echt sie dat Brot vom Lewe. In Johannes saß. Dan sagt er, echt sie dat Licht für de Welt. In Johannes Kapitel 8. Echt sie dat deert de Schub. En echt sie de gode Schub hoort. Lese in Kapitel 10 im Johannes Evangelium. En dan, in Kapitel 14 sagt er, echt sie dat waag de warhet in dat Lewe. En telat sagt Jesus in Kapitel 15, echt sie die winst duid. En die zijn te ranken. Doe weens es dat ook nischt bieter gewijnlichet van Jesus dan sagt, dat hij de twaalf van dat Lewe. En dan, zo zegt hij ook te de Samaritische vrouw om Jakobsborm, wat de handje komen weer water te schapen in Johannes Kapitel 5, vers 14. Wer aber van dat water drinkje wordt, wat echt geeft, dem wordt een eiwigheid nechtarste. Weet zout water wordt echt aangeven worden, dat wordt een aantijne waterkwaal worden, wat wordt en dat eide leven raane wordt. Wel wie nu een leid hartje en dan met de boodschrift een een moe te een moe Der Schott, nehm hei alle von uns auf, dass wir aufgrüdet, was als Jesus steht, der Schott, nehm hei alle von uns auf. Der Schott, nehm hei alle von uns auf, dass wir aufgrüdet, was als Jesus steht, der Schott, nehm hei alle von uns auf. Jo, 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 der Schott, nehm hei alle von uns auf, dass wir aufgrüdet, was als Jesus steht, der Schott, nehm hei alle von uns auf. Dann können wir nur ruhig sagen, Jesus Christus ist der Wahl, wort Leben in der Worte geeft. Und wer an Abend leift, von dem sein Leben wort auch sträume, von der Leben in der Worte ranen. Noch ein Wort in unserem Bibeltagsschmisch sei ja wichtig, das Wort darste. Wat habt uns das lebende Worte, wann wir keinen darste noch haben? Und wann wir das niemals trinken? Viel lebende Worte ran, bei so vielen Menschen vorbei. Das ran auch bei uns vorbei, bei mir und die, wann wir das nicht weiten, dass uns das Worte in Rot fehlt. Ich möchte nicht den ersten Satz, den Jesus an unserem Tag sagt, noch einmal betonen. Jesus sagt doch, ütfährlich, wem du darfst, dem lade ich an, zu kommen und zu drinken. Dort sagt doch, wem du darfst, erst einmal, muss ein Mensch darfstig sein. Dann, der wir aber auch dort vertrauen haben, dort ans darfst, gestellt worden wird. Bist du von dir darfstig, nur dort lebensworte? Dort wird darfst, was aber jästlich verstanden wurde. Hier ist ein Lebensdarst, ein Lebe, wort sinnhaft gemeint. Junge Menschen seht hier immer nur ein sinnvolles Lebe. Der will das Lebe unite. Wir brücken bloß an dem verlorenen Sehen an Jesus' Gelegenheit, der in die Welt grüne wohl, am sie nicht leckt door an ein wildes Lebe und für die Nehungen zu sehen. Wenn ein Mensch allein wird, want er sich an viele Dinge in sich weniger in weniger. Menschen drehen karpelig uit, wenn er nicht genug darfst haben und drinken. Ein Kreuzer dreht ein Mensch jästlich auch uit, wenn er keinen darfst, nur die Lebenszwelle an Jesus Christus haft und auch doofen drinkt. Daher Jesus loht so eine Menschen ein, nur anzukommen und zu drinken, wort meist uitgedreht sind von daarscht. Ut uns selbst können wir so ein lebende Worte auch nicht wiedergeven. Wenn das lebende Worte der Heilige Geist ist, so steht in Ansem-Tag sagt, ist es damit auch so, dass der Geist von so eine Menschen uitgeht, der an Jesus Christus leuwe. So ist Worte und eine Qual schäle dat. So dat er jäst auch so eine Menschen uitgune. Wenn ein Mensch die Erfahrung gemerkt haft, dort sin Lebenszwelle gestalt worden is, dann haft die Mensch auch eine veränderte Entstallung zu der Welt. Dann steht er ein, dass die Welt mit all ihrer Lust und Veränderung sehen, dass Lebenszwelle nicht befreude kann. Und er geht so, als die Verlorene sehen. Er kommt direkt nach dem Vater und sagt, Vater, ich habe jeden die in jeden Gott gezündigt. Wie kann ich auch in mein eigenes Leben, diese Lebenszwelle, Worte ich wohl erfüren. Wann ich auch nicht unbedingt von meine Lieder und von meine Krankheiten frei sein, Worte, dann kann ich doch ein rechtes Verhältnis zu dem Herrn Jezus nie ein Mouch haben und ein Fruid und Dankbar zu leben haben. Diese Lebenszwelle kann mir genug Kraft für jeden Tag geben. Wann das Lebenszwelle von meinem Herrn durch mein Leben rand, kann ich auch damit vorig worte, wann Menschen mich beleid und seilig verletzen. Wir sollen nicht immer versetzen, aus uns selbst betere Christen zu machen. Bloß der Haar kann aus uns was gaudet machen, was verarmt, angenehm ist. Und unsere Seiligkeit wird uns ganz aus die Norde schanken, dort können wir selbst nichts zu tunen, als zu verdienen. Wir sollen auch ein Mitgefeil für andere Menschen haben. Wir machen die Sein wird wie selbst die Norde in ohne Verdeinst vom Haar gekriegen haben und an seinem Nächsten wieder geben. Den Taugang zu der lebende Worte schweil fing wie bloß einzig und allein durch unseren Haar in Heiland Jesus Christus der selbst das Lebensworte ist. Wir sehen Und möge uns auch für andere Tum sehen. Die Bede das an Jesus Sine Nome. Amen. Amen. Sine 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020